So. Ja, ihr Lieben, jetzt wollten wir ja weiter die Menschenrettung machen. Und wie ich es sehe, sehen wir. Geht's jetzt hier weiter. Genau. Dann wollen wir doch mal gucken, wie sie gucken hier. Wir müssen jetzt mal gucken, dass ich jetzt hier rankomme. Weil das ist nämlich nicht immer so einfach. So. Au, scheiße. Da driftet. Wir müssen mal gucken, welche Tasse das überhaupt noch war hier. Die. Ah, ja. Okay. Nutz und Aal, ne? Falsche Ecke. Ja, das ist gar nicht so einfach. Scheiße, nicht drüber fahren, nicht drüber fahren, nicht drüber fahren, nicht drüber fahren. Nicht drüber fahren, Jürgen. Ja, toll. Wir haben hier Wellengang. Das ist hier immer ganz schön kompliziert. Ich seh' nicht. Oh, oh. Scheiße. Kriegst du, nee. Wenn wir mal gucken. Ich hab ihn aus der Sicht. Ich will mal gucken, von wo die Wellen kommen. Bis wenn den vielleicht ein Boschen... ... ... ... Ich hab' nicht zuspült. Na? Na, wo ist er denn? Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Seht ihr das? Na, endlich. Nummer ein Havoc. So, dann haben wir mal gucken. Wir müssen uns wieder die Wellen angucken. In welche Richtung die treiben es? Die treiben es in welcher Richtung? Ich muss irgendwie jetzt mal umdrehen. So, ganz schnell. Scheiße, wo ist er jetzt? Der war fast gut. Ich hätte ihn fast gehabt. Er war nur fast, nee. Scheiße, immer noch mal um eins gehen. Ich seh' nicht. Ich hätte es drüber hier fahren. Nee, da ist er. Na, warte. Ich geh' nicht hier los. Was ist er noch eigentlich haben? Oh, endlich. So, 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 so ne Millimeter. Ja, habt ihr das gesehen? So, auf den Millimeter. So. Zwei, Havig. So, war das für immer noch der dritte. Wo ist der? Stich, da. Ne, der voll. Der Föhren. Moment. So, mal gucken, wo der jetzt hinschwemme hat. Du, also. Man muss den Trick nur raus haben. Hier, wenn wir den. Hier dümmen sie. Joa. Joa. So, sind das jetzt alle von euch halb starken? Joa, wir sind zu dritt. Katamaran? Nach USA? Mit ein bisschen Dosenfutter an Bord, he? Seriously? Na klar, das geht schon. Das haben wir gesehen. Wir haben uns ja nur ein bisschen verschätzt. Ich hoffe, ihr seht euren Wahnsinn jetzt ein. Im Helgoländer Felswart spielt man nicht. Watt denn, watt denn? Ich wünschte, das Wasser wäre kälter, dann würde der keine so großen Sprüche mehr reißen. Ich sehe euch nochmal da draußen, mit so einem kaum schwimmfähigen Untersatz. Joa. So, nun weiter. MRCC Bremen, fahren zurück nach P3. Verstanden. Mavede zurück zum Liegeplatz. Ja, da mögt wir das Clou an, ne? Zurück zum Liegeplatz. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen gasch hier. Ja. Wow. Jetzt haben wir mal ein bisschen Z, glaube ich. Ja, sonst kommen wir ja nur gar nicht voran, ne? Jetzt können wir mal ein bisschen zacken. Jo, jo, jo. Hoppel, hoppel, Häschen. So, dann hoppeln wir jetzt mal zum Liegeplatz zurück, wa? So, dann hoppeln wir jetzt mal zum Liegeplatz. Weeeeee! Weeeeee! Ich glaub, euch wird's gleich kotzübel. Könnt das vielleicht sein. So ist das auch ein bisschen reeller, ne? Schnell ist gut, aber... ...bei so einem Seegang kommt das nicht. Gewöhnt euch mal ein bisschen ans Wasser. Jetzt fahren wir auf Normalgeschwindigkeit. Wir sind heute ein bisschen seetauglich, 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 seetauglich. Aber ich habe noch gar keine Möwens gehört oder gesehen. Genauso wenig habe ich heute, ja, den Seehund haben wir auch nicht gehabt. Zu den Seehundbänken. Wow. Wir stapfen heute mal ein bisschen durchs Wasser. Wir sind heute eine Runde, sie fest. Oder auch nicht. Kotzen, erst weil über die Reh liegen. Ja. Na, Leute. Wird's euch schon schlecht? Na, klar. Oh, wie ist das schön. Heute. Oh, wow, 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 wow. Wir müssen in den Hafen. Joa, wir sind gerade auf dem besten Wege hin. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe Helgoland. Joa. Wer da schon mal war, kennt ihr die Hafen-Hafen-Einfahren, ne? Eieiei. So, ihr Lieben, und daher ist ja so lange dauert, bis wir dann erstmal nochmal da ankommen, sage ich dann schon mal wieder, bis morgen. Tschüss. Tschüss.